Ich grüße mich selbst, sass und soos und soos und ich freue mich vor allem dir heute wieder ein Scheißleben zu wünschen. Wie fängt dann das Ganze an? Na an, ich habe den Wunsch, dich voll zu scheißen. Es bringt nichts nur zu wünschen und zu schauen, sondern ich muss konkret wünschen. Als Beispiel, ich wünsch mir 20 Kilo Scheiße und es gibt kaum etwas Schöneres, als zu scheißen. Dieses Gefühl, füff. Ich wünsch mir tolle Wünsche. Ich wünsch mir eine kleine Scheide. Tschüss. Dann musst du mit mir einen Vertrag machen. Mein Schaft muss in deine Scheide. Ich wünsch mir 10 Treppen. Pfuff. Ich wünsch mir ein Kilo Schasching. Schasching. Und ganz zum Schluss, ein Suss.